So dele Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Bet... Langweilig. Och komm jetzt, okay. Einfach nur hallo und herzlich willkommen zurück, wieder mit Grino Place da unten. Sag hallo. Hallo, ich bin O. Und in Victus da oben. Hallo. Wir haben uns entschlossen... Läuft mich das auch flüssiger? Ja, der läuft eindeutig sehr flüssiger. Vor allem, hoffentlich... Nicht aufpassen, weil ich hab nur noch zu... Hör auf zu labern. Also, ähm... Wie euch sicherlich aufgefallen ist, habe ich den Shader-Mod nicht mehr drinne. Ein Glück. Ähm... Und so wie es aussieht, hat hier irgendjemand was mit Wasser falsch gebaut? Ja, das war ich. Ich hab grad die Melonen-Farmack gebaut. Nö, dann passt aber auf, dass hier kein Wasser runterläuft. Ja, das lässt sich jetzt grad nicht verhindern. Aber von der Minimap sieht man das. Naja, der hat uns ja eh gefunden. Er hat uns ja eh gefunden. Ja, vor allen Dingen wollen wir auch eh umziehen. Deswegen ist das Wurst. Ja, aber wir lassen hier ein paar Sachen natürlich da. Wegen der Shader. Ich bin noch Samen, aber ich kann die irgendwie nicht ausnehmen. Äh... Ups, das war gar nicht mein Bett. Das war mein Bett. Ich nehm schon mal mein Bett. Und da will draußen mein Hund. Ich nehm jetzt... Komm mal nicht. Jetzt nehm ich erstmal die wichtigsten. Sollen wir eigentlich... Fangen wir eigentlich wieder mit Time 0 an, oder? Hast du mich was gefragt, du? Nein, so wie es jetzt ist, fangen wir an. Wir fangen nachts an. Hat sich erledigt. So, dann erstmal die ganzen wichtigen Sachen hier aus der Kiste nehmen. Achso, das ist Holzkohle und normale Kohle. Deshalb geht das nicht. Das Holz nehm ich mit. Ein Eisenschwert nehm ich auch mit. Noch mehr Holz. Setzlinge. Redstone nehm ich mit. Ich bin ja erstmal dafür, dass wir dann anfangen würden, ein bisschen Eisen zu farben, weil wir brauchen definitiv Rüstung. Ähm... Jemand müsste dann die Chess... Nein, die Chess würde ich sagen, lassen wir hier aber den Ofen müsste einer mitnehmen. Oder ne? Ne, den Kletten sollten wir vielleicht aufnehmen. Ich bin eigentlich komplett leer, also ich kann auch noch nie mitnehmen. Überschringen wir die Nacht? Ja. Nein, ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, nein. Dann haben wir die Nachtzeit zum, äh, weggehen. Also, ne, können wir nicht. Okay. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt weiter. Sie suchen uns. Sorry. Nein, die Chess hier lassen. Ja, wir müssen gucken, dass die hier drin erstmal denken, wir sind irgendwo anders hingezogen in den Baum. Hm. Ich würde mal vorschlagen, wir gehen erstmal nach da. Ja, nach links weiter. Ja, um, damit wir einen Schwenker drin haben. Ja. Habe ich ja letzte Folge gesagt. Ja, jeder hat Sneak drin, das ist gut. Da vorne ist wieder so ein Maschwum mit Gelust da unten dran. Und ich habe mir wehgetan. Der selber leckt immer noch. Nein. Aber nicht mehr so. Also nicht mehr so wie letztes Mal. Ich würde sagen, sollen wir wieder uns in einen Baum reinbauen oder diesmal unter der Erde? Ich glaube, ich habe da was gefunden. Also ich bin ja weiter für den Baum, aber diesmal nicht unten, sondern... Achtung. Ich würde sagen... Spinner. Ich bin ja dann dafür, dass wir dann, was weiß ich, hier unten zum Beispiel, hier sind ja die Wurzeln, hier an dem See, bist du auch hier? Ja. Dass wir dann einen Unterwassereingang bauen, damit die uns nicht direkt sehen. Und dann bauen wir uns oben auf den Baum drauf. Das ist auch wieder eine schlaue Idee. Also ich bin immer noch für meine Lava-Theorie. Ja, nur irgendwie hier in einem Dschungel mit Feuerspielen ist, glaube ich, nicht gerade das Schlauste. So, dann merke ich mir eben die Koordinaten von dem Baum und grabe mich dann von unten da rein. In diesem Baum kann ich auch einen Waypoint machen. Ja, aber... Baum 1. Ich nenne ihn jetzt Baum 1. Ich kippe dir jeden Baum. Ja, für jeden Baum, Baum 1, Baum 2, Baum 3. Baum 4. Aber dann unter was an, ne? Wir bei... Ja, wir... Du brauchst da mal den Eingang und wir beide geben dir Deckung, dass kein Arsch kommt. Soll ich schon mal ausfüllen, bisschen? Bisschen, du. Auf der... Ne, Baum. Boah, das wird schon wieder knapp. Ich drone gleich. Warte mal, wo seid denn hier? Wir sind im Wasser. Da. Warte, welchen Baum meinten hier? Hier denn? Welchen? Ach, den. Ne, den Baum daneben. Achso. Okay. So, hä? Wollen wir das dann machen? Also, ihr müsstet mir jetzt sagen, wohin ich buddeln muss, in welche Richtung wir wollen. Ja, ich hab die Minimap. Ich hab die Minimap. Dann musst du mir sagen... Ja, wann du nach... Ich... Ja, ich sag dir dann, wann du nach rechts bauen musst. Ja. Dann müssen wir nach rechts. Würde mal gerne wissen, wo ihr seid. Wir müssen durch den Unterwassereingang rein. Ah, da. Weil dann seh die nicht direkt, dass wir, ähm... Ich platze mal kurz ne Fackel. Allöchen. Ich hätte ne Idee, wie wir denn... Unterwassereingang... Ähm... Ich mach mal hier kurz... Hier vorne ein Stück größer. So. Ich hab hier eben das Wasser bisschen gestopft. Naja, wir könnten auch ne Lava-Trap oder so reinbauen. Mhm. So wie in, äh, Staffel 2, da hat... Da wollte Dominic abhauen mit Sachen, die er uns geklaut hat. Ähm... Aber hatte nur zwei Blöcke Platz und unten... Vor ihm war Lava und er springt... Natürlich dann... Will drüber springen und fällt dann voll in die Lava. Mhm. Ich würd sagen, das machen wir auch hier, wenn wir unterirdisch Lava finden. Warte. Jetzt nach rechts. Hat jemand vielleicht noch Pro-Tippe, nicht? Nee, aber ich hab Melonen. Ich hab, äh, Fleisch. Aber ich bau auch mal ein Stück weiter. Das dürfte schneller gehen, da ich ne alten Spitzsacke habe. Ja. Dann geh du mal vor. Wir können ja auch noch ein Labyrinth draus bauen. Ja, das würd ich auch sagen. Aber jetzt müssen wir nach oben. Hat jemand Leiter noch dabei? Ähm... Ja, 20 Stück hab ich. Dann lass uns doch gerade nach oben bauen, dass das... So geht's aber auch. Ja, so geht's auch. Ich will mal eben kurz mein Fenster zumachen. Jo, mach das. Hm, yay. Also die Idee scheint mir gar nicht so blöd. Ja, die Idee ist auch gar nicht so blöd. Und wieso bist du direkt hinter mir? Das mag ich nicht. So, dann bin ich wieder. Okay. WB. Jo. So, hier oben ist der Baum. Perfekt ist jetzt, dass das kein Mensch sieht. Ja. Vor allem, dass es unterirdisch ist. Und kein Mensch sagt, dass wir eine neue Basis haben. Ähm... Hey, wir haben eine neue Basis. Wozu? Warte mal. Ich baue mich mal ganz kurz nach oben. Geh mal weg. Geh mal weg. Falsch. Du musst ein bisschen weiter rüber. Ich guck mal kurz, wo der große Stamm ist. Ah, äh... Nach rechts. Jep. Ein kleines Stück aber nur. Hat jemand vielleicht Blätter oder so? Blätter müssten oben in der Truhe gewesen sein, wenn... Äh... Nein, sind keine mehr gekriegt. Hast du noch eine Schere? Hm... Die müsste auch in der Truhe gewesen sein. Also, ich habe keine. Ich baue gerade eine. Ich habe jetzt eine Schere. Ja, ich habe schon eine Schere. Lass dich sein. So, also hier würde ich dann sagen, bauen wir uns rein. Gibst du mir die Blätter? Ich habe gerade eine Schere. Warte mal, ich guck mal kurz. Könnte man das nicht auch... Warte, ich will mal ganz kurz gucken. Sieht das noch natürlich aus? Ja, guck mal, das sieht doch noch natürlich aus. Das würde ich so... Dann würde ich das so lassen. Au, hier fällt man noch rein. So, jetzt. Ja, so würde ich das dann machen. Auch gut, Idee, ja. So. Und dann noch hier, weil da strömt Licht raus. So. Und jetzt können wir uns hier wieder ganz normal reinbauen. Hier, da müsste vielleicht auch noch ein Ding hin. Also, genug Holz haben wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal ich das jetzt schon sage, aber genug Holz haben wir. Dann ist ja gut. Also, hier ist jetzt nach oben? Wenn du hier nach oben gehst, bist du mit einem Stamm. Oh. Da hat er in der Fackel kaputtgeschlagen. Bin uns schuldig. Habt ihr die Truhen schon aufgestellt oder müssen wir noch welche holen? Äh, Truhen müssen wir noch bauen, aber ich habe einen Ofen mit. Okay. Ähm. Was soll ich jetzt machen? Hast du eigentlich das Passwort rausgemacht aus der Chest? Der hat doch LWC rausgenommen. Ach ja, stimmt. Ähm. Hier baust du alles auf. Du baust hier alles auf. Oh. Mann, ich hab dir doch gesagt, heute keine Fails. Falls nicht in Übermaßen. Ja. Was sagt ihr eigentlich zu meinem neuen Skin? Er ist blau. Und hat kein Gesicht. Er hat sehr wohl ein Gesicht. Oh. Das sah gerade aber wirklich so aus. So, dann gehe ich mal ein bisschen Rohstoffe farmen unterirdisch. Ja, mach das. Warte, ich will hinsetzen. Ich will auch noch mein Bett bauen. Äh, hinplatzieren. Da, da, da kommt mein Bett drin. Ein, nimm mit dir. Nein. Wir machen kein Dreier-Bett. Du? Du? So nachts, kein Dreier. Nein. Du? Komm mit. Komm. 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 Du schläfst hier. Oh, das ist so süß. Ich komme mal wieder nach oben. Ja, okay, komm. Du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht rein. Ja, weil ich mich auch verbaut habe. Ja, da kam irgendwas Blaues auf mich zu. Oh, und da war das Cave-Geräusch. Das war mir. Das ist mir. Link. Das ist mir, Mario. Nein, das ist Link. Oh mein Gott. Ich bin kurz. Eine Sekunde. Weg. Das ist ein großer Fehler. Wow, jetzt sind wir nur noch zu zweit. Ah, chill mal. Ich habe nämlich gerade schon wieder Eisen gefunden. Und ich will ihn irgendwie töten, aber ich darf nicht, weil sonst verliert unser Team ein Leben. Ja, wenn wir durch natürliche Einflüsse sterben, verlieren wir keins, oder? Nein, nur wenn wir durch die Hand eines anderen Spielers sterben. Ich kann nicht auch durch den Fuß eines anderen Spielers zu sterben lassen. Ja, das geht auch. Hm, also wir haben jetzt noch zwei Stacks Rohholz und zwei, vier, vier Stacks, äh, ne, fünf Stacks normales, äh, verarbeitetes Dschungelholz. Gehst du auch zu Kiste? Kiste? Oh, und Johnny ist weg. Ja, es gab gerade auch einen dicken Server-Leck. Ja, ich habe es gemerkt. Deshalb ging wahrscheinlich auch die Kiste nicht zu. Gerade leckt es wieder, bei mir. Ich weiß nicht, wieso. Boah, so. Was hast du gemacht? Ach, ich würde es gar nicht wissen. So, also, wo, da ist die Fackel, die Fackel kommt erstmal weg. Ich packe mal das Zeug in die Chest. Das wollte ich gar nicht, ich wollte gar nicht doppelt platzieren. So. Danke, das wird ein Großraum. So, auf welcher Höhe bin ich denn jetzt? Also, wir sind oben, wenn wir im Baum drin sind, sind wir auf Höhe 89. Perfekt, wären ja auch noch, wäre auch eine Diamantrüstung, aber dafür müsstest du erstmal so viele Diamanten finden. Ja. Ich gehe Diamantbarm, oder soll ich die jetzt suchen gehen? Ja, du kannst unten, da ist, wenn du ganz runter gehst, da ist ein Gang runter, den ich gerade am Runtergraben bin. Ja, ich gebe jetzt nur noch unten. Boah, wieso leckt das denn jetzt so? Was habe ich denn alles im Hintergrund an? Du kannst ja mal nach denen suchen. Meine ich ja. Ja, mach das mal. Wir müssen nämlich dringend mal wissen, wo die sind. Ich mache jetzt erstmal alles, was die FPS hier stören könnte, aus. Ach ja, stimmt. Oder auch Mozilla Firefox. Ja, genau, das wollte ich auch ausmachen. Wer es noch nicht gewusst hat, ihr seht das zwar jetzt nicht, aber Domseplay ist auf Mädchen.de. Da einfach mal Domse eingeben und dann bekommt ihr ihn. Jetzt geh weg, blödes Mozilla Firefox-Teil da. Ey, also, ist die Clan? Mhm. Könntest du mir vielleicht Fleisch geben? Äh, wieso? Zum Erkunden sollte ich vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Ja, da. Ein Stück, weil mehr brauche ich, weil den Rest brauche ich. Weil ich habe auch nichts. Ich muss selber nämlich essen. Oh, und bei mir leckt das gerade. Wir müssten oben drauf dringend wieder die Melonenfarm aufbauen. Oder wir bauen sie unterirdisch. Ne, die brauchen ja Tageslicht. Du kannst auch ganz normales Licht benutzen, also von Glowstone. Sicher? Ja, und ich werde mal ganz kurz die Aufnahme pausieren, um zu gucken, warum das so rumlägt. Bis gleich.